Yoshi Stark! Er hat ja auch noch geschrottet. Geil! Stefan, ey! Alter Stefan! Du kannst gleich einen Coin, äh Stark, stehlen. Ey, yo! Na Stefan, kein Indie-Game für dich, wenn du meinen klaust. Ich hab dir nicht alles getan. Ich hab dir nichts. Nichts für mich. Let's come. Was haben wir gerade schon? Das war das mit den Kugeln. Ich dachte, das wär das mit dem Auto gewesen. Ich dachte, das wär das mit dem Auto gewesen. Was zum Teufel? Ja, das nicht bei Mario. Ich hab jetzt gedacht, ich wär da unten, aber war das noch nicht der Fall. Oh! Ja! Er kriegt immer mehr Kohle, Bowser Revolution! Hm. Mh, war klar, ey! Der muss, ey, du hast mein Münzen! Genau, ey! Darauf kommt es an! Richtig! Das ist der einzige Vergleich, den ich ziehen kann. So hab ich's bis jetzt auch gemeint. Ich hab immer von dem der meisten Stern oder der meisten Münzen geschohlen. Ich werd Mario jetzt ein bisschen in Ruhe lassen und Yoshi derbst ficken, ey, die ganze Zeit, ey! Dann mach das! Du wirst jetzt leiden, Yoshi! Ich... Ich bring dich um, ey! Ich bring dich um, ey! Ich bring dich um! Alter, du seistest dir den Kopf ab! Richtig, ey! Nö, ich... Den fick ich echt kaputt, ey! Kein Bock mehr! Das ist ein dummer Spruch, ey! Tja! Der wird jetzt... ...mein Zorn zu spüren kriegen, ey! Hier fängt's an! Und dem alles 10 Münzen zusammen! Ey, crazy cutter! Ah! Mann, warum? Das ist ein Scheißspiel! Wollt ihr so schlecht sein! Am liebsten würde ich jetzt rüberfliegen nach Yoshi da oben, ey! Weißt du denn denn? Sein Gesicht zermal mit dem Ding! Ah, fuck, ey! Ops, ey! Mann hat ne Beule! Mann hat gar nichts! Mann hat sich nicht schlecht! Oh Gott! Ey, Yoshi hat schon wieder gewonnen! Doch nicht, ey! Nein, Mario! Ey, Mario! Ey, Mario kann ich jetzt alles! Mario kann ich jetzt alles! Mario kann ich jetzt alles! Ich schenke Mario sogar meine Münzen! Damit er gewinnt! erst mal habe ich probieren, Es weiß nicht! Der Schuss 그러면 jetzt Report! Valoranzari Der Schuss mit ihm zu sä Herren! So, ist das Der Inzige! Er hat ihn GUADENches! Er hat ihn schon in Auardaort! Jetzt war das mit dem Kuchen. Ach, nee. Ja, nee. Ey Stefan, du musst es gewinnen für uns. Ey, wie er dann noch drehen konnte, obwohl er schon längst vorbei war. Ja, man kann ja noch mal kurz vorhin. Hier, mit eurem billigen Sticks, ey. Nur noch fünf Runden? Gibt's denn die Kay? Ist klar. Komm, ich brauch Bowser, ich brauch Bomben. Ich spreng die ganze Insel weg. Oh, der schwule Dino ist, ey. Na, ich komm mir weg. Egal, ey, ich werd dich verfolgen. Du, ey, du, ey. Er macht 22. Macht Stefan nicht, deine Angst. Das Spiel ist so einfach. Einfach B und A immer gleich, äh, abwechselnd zu sehen, oder? Los, Nico, mach mal hin, fertig. Maxo, Maxo, Maxo. Los, Nico, mach mal hin, fertig. Boah! Boah! Was ist denn, ich hab so nah an! Wild, wie so'n alter Oppa, ey. Was ist denn, Stefan? Ich dachte, man müsste reagieren und nicht die ganze Zeit holen. Oh, ey! So, du bist aber jetzt ein Plan. Oh, die noch mehr? Ne, Victor, ey. Was, was gibt's denn hier auf deinem Map? Ich verarschen. Nix, ne Bank und ein Curse-Laden. Curse-Laden? Kannste CDs von Curse kaufen? Erstmal ablatzen. Ey, was ist das denn? Jetzt ist's drüber. So müsste mir jetzt die geilste Karte, die ich je gesehen hab. Oh, ja, klar. Dann hätt ich auch alter 4 gedrückt. Und die Aufnahme gelöscht. Glaub ich nicht. Doch? Nein. Klar. Ach, das. Da schon wieder. Oh nein, ich depp. Ey, Nico, fick ihn. Nimm zwei, bitte. Danke. Kein Winge. Stech die Wichser kaputt. Schreit der Luigi hinterher. Geh. Oh, fuck. Das war's. Kleid hier, nur, nur. 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 Sorry, Bruder. Sorry, Bruder. Du, Sybester. Hehehehehehehehehe. Diddy-dee-doo! I got the peas! Mario 1! Number one! Hey Yoshi. Lächeln, 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 Eins ey, Eins, oder Zwei? Zwei. Geil. Was kann er jetzt machen? Das weiß ich gar nicht mehr. Klaut dich. Stimmt. Ausgenommen, ey. Tschüss, ihr Lutscher. Eine Eins, ey, komm. Ja. Ey, Alter, bleib. Jedes Mal wieder reingeguckt, da gibt's nix geiles. Alter, noch ein item, niemand. Plunderchess. Bestes item ist sowieso, Bowserbombe. Tschüss. Tschüss, Lutscher. Time to do it. Lutscher. Schön 18 Sätzen. Und dem Stehenpinkel. Und dem Stehenpinkel. Und dem Stehenpinkel. Fuck! Ey, Luigi! Oh man, die Bananaman. Wer hat denn jetzt genau 50? Ja, Bowser Revolution gleich. So, Stefan, jetzt. Psch. Jetzt wird erstmal, oh nein, da kommt ja noch diese Bank davor, ey. Fuck ey, also das brauche ich jetzt erstmal Kohle. Dann bohren wir jetzt mal Kohle. Ja gut, da krieg ich Kohle, das schafft der nicht. Wir müssen stehen bleiben, Jungs, das schafft der nicht. Oh! Wie hast du uns blockiert, ey? Der ist vor der Maunwurf. Was soll der Scheiß? Wie dumm! Hey, Zay. Verarbeitet er mit Yoshi zusammen. Ja. Oder auf seiner lange Zunge steht, vielleicht. Schwung, Monkey, ey. Gas, girl. Er kommt da so, ey. Jungs, jungs. Oh man, ey. Ich bespür so Curs. Ey, 10. Bei was? Du hast 81 Münzen. Ey, battle. Los, jetzt. Ja. Ich hab 6 Münzen. Geil. Ex-Winzen. Kleinen Hund darf auch nicht gegen das Herrchen aufmucken, das ist dann... Was wir jetzt reden, weißt du, uns gerade blockieren, ja? Der wollte einen leichten Sieg, weißt du, er wollte sich nicht anstrengen. Richtig. Da hab ich gedacht, mal eben 6 Münzen kassieren und dann nach Hause gehen, oder 12 jetzt. Du brauchst ja das Geld noch, damit du einen Stern klauen kannst, weißt du? Dem aufmüpfigen Affen, der uns blockiert hat. Ja. Schön, ey, weißt du, Affen und den Dino ausnehmen. So, ey, nächste Runde, ey. Oh. Schauen wir nicht von euch. Schauen wir 5, ey. Jawoll. Ey. Jetzt fickt er uns. Ich muss Bowser Revolution bekommen. Gibt's nicht. Aber Schalfstein gibt's auch. Kannst erstmal schön den Stern ablatzen. Und Coin Potluck, ey. Ey, ich zieh den Stern. Ey, Nico, lass die richtig ficken. Dass die uns geklaut haben, das klauen wir denen jetzt. Richtig. Und dann machen wir sogar noch ein Spiel zusammen, wir beide. Ich glaub es nicht. Damit wir zeigen können, ey, wer hier Chef ist. Ey, wie geht das? Play Instrument. Ey, schaffst du das, Nico, mit dem A-Knopf? Clef. Clef. Tod ist der Player. Ja? Boah, leck. Boah, hey, es nützt mich. Sollen können Affenflöten spielen. Na, sie haben gewonnen. Was? Fast? Herrlich, herrlich. Hab ich den Witz verpasst? Ja. Den Witz, dass ich jetzt 103 Münzen hab. Ah. Ja, das ist wirklich ein Witz. Ey, wie die beiden 0 Münzen haben! Ja, und? Ja, ich schweine. Boah, komm her. Boom, ey. Was hab ich denn in deiner Hand? EIN GATESEN STERN? Kann es sein? Boah, und weg ist er. Luigi! Der ist nicht da. Doch. Ey, geil, geil, geil! Aber nur geil. hihihi die g-brothers wieder ob er euch denn nennen die gay animals oder wie ich will ja nur meinen dass nico noch 54 münzen hat ne aber das ist ja egal nico mich aber wenn ich versucht zu verarschen ja oder hat mir den weg blockiert als bodenknüppel sofort am anfang die so spielt so spielen etwas doch auch ja aber guck mal ich mache das logisch ich glaube immer von demjenigen der die meisten sterne hat oder die meisten coins die meisten coins oh man das ist immer noch ein party spiel also sei glücklich das geht nicht mehr oh god oh nein das geht um sechsmens ha 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 wooo hey guy start the game start the game ha 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 danken für die mühden sind ja der Pleitenaffe kommt ich hab kein Geld ich hab kein Geld Pleitenaffe bangt oh man vor allem was war es denn noch mal auf die Puppe oder nicht ja 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 ok der Fiep ist an Mexiko scheiße oh fuck ey ich schicke als mann Rekord gebrochen gibt es deine Ziele hier? Nein ich glaube wenn du einfach so ein richtiger Player bist dann ich glaube nicht dass du über 50 oder so kommst wo ist eigentlich der Stern immer noch rechts oben? ich glaube ja da ist bisher nie jemand hingekommen ich denke dass in der ganzen Runde nur zwei Sterne gekauft wurden oh oh ja vor dem Stern sind doch vier Fragezeichen verteilt Bowser Revolution 20.000 Coin Present Schenstein was ist das denn? ja wir werden sehen Multiplank Toads okay er spaut jetzt Fick Toads auf geil ey für die letzte Runde sagt er uns dass noch ein zweiter Stern vorhanden ist dumm okay nur zwei Fragen trotzdem viel tschüss gut neben wen? ging dich wohl nicht ja ja das muss ich drücken da einfach nach links oder rechts ja links nach rechts da kommt ein Jude und glaubt das Geld ja ja er ist tot ey er hat abgelöst was los mit euch? oh fuck jetzt hat er noch neunze Sekunden Freifahrschein guck ihn an guck ihn an wie er guckt ey was macht der da unten überhaupt? er lässt sich seine Affeneier durchsandten er lässt sich seine Affeneier durchsandten ich möchte ja fast meinen das hat sich gelohnt nur fast auf jeden Fall auf jeden Fall als letzte Runde ja oh oh Mario hat gewonnen weiß man nicht zwei Sterne lächerlich wenn ich heute vierte das ist ne dumme Karte Luigi most coins ey 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 centers 8 J ana ab 6 oa 12 13 13 16 du hast drei was sie den Sternen geholt, ne? Ja und? Er hätte gewonnen, aber... Ja, genug Tum, ey, dafür, dass mich als Pinn, ey, blockierst! Ja, ist schon richtig dumm, aber egal! Bowser! Ey, was ist da los? Aber gut, dass wir es die Zubauer dann auch sehen! Ja, ja! Ey, wick dieser Pinte drauf! Was ist das denn überhaupt? Pinti, Mario! Zum dritten Mal! So ist das halt. Ich hab gedacht, ey, du weißt, wenn ich genug Tum habe, gewinne ich, aber es war das der Fall. Ja, das war das Problem, du dachtest. Ja, ich dachte, weil ich gesteben ein Fehler auch ein. Ja, wenigstens etwas. Aber so ist das, so ist das Spiel halt. Aber die Karte... Hat er schon dreimal gewonnen, er ist ungeschlagener Mario Party 2 Meister. Richtig! Misst du die Läden! Ach, der ist heute nur wieder auf Crack. Titi, 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 titi. Wir dürfen nicht mal dabei sein. Doch da. Ah, herrlich, der Duft des Ruhms, wenn auch nur bei Mario Party, aber es ist bald verflogen. Ich muss ihn ewig an der Spitze halten, ey. Klar, ich bin wie Rocky. Risen ab, ey. Weiß ich, ich wollte mich unten halten. Na gut, mach Schnitt. War zu traurig.